Tiki Was? Okay. Okay, dann Tiki Tiki mich mal. Erzähl dir mal, was Tiki Tiki ist. Hm. Ich bin gespannt. Danke. Ich kann nicht ausgehen. Hm, ja. Ich möchte die Bilder sehen. Tiki ist meine嫡ä P. Ich bin der Name von Tiki Yome P, aber... Oh, boi. Das wird lustig. Ich glaube, das wird lustig. Tiki ist mein Waifu. Super Name. Super Name. Gefällt mir. Du hast dich heiratet. Was? Was? Du hast dich heiratet? Was? Du hast dich heiratet? Was? Du hast dich heiratet? Was? T-Nein. Das ist ein Handel-Name. Das ist ein Nick-Name. Du hast dich. Du hast dich. Ich bin mit einem Tiki Tiki, wie es der Film ist. Du hast die Tiki, die es mit den Fans gegründet. Du hast dich. Du hast dich. Aber ich habe nicht. Ich habe einen Song gemacht. Ich habe dich. Ich habe mich auch genutzt. Ich habe einen Song gemacht. Ich habe mich überrascht, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Ich weiß, dass ich einen Pee findest. Ja, danke, Herr. Ich freue mich. Die Pee-Pee-Pee ist, dass die Pee-Pee-Siegel mit dem Pee-Siegel verwendet ist, die immer in der Kaffee singen. Das ist ein Kaffee, oder? Ja, auf jeden Fall gehen wir. Äh, wenn wir Tickys Nachricht gelesen haben. Äh, ja, das hast du mir grad gesagt, dass der mit dem Laptop ist, äh, mit dem Sticker. Okay. Ich weiß nur noch mal, nur noch mal für das Protokoll. Ein Café. Es gab hier ein Café in Central City. Dieses Saren Café. Vielleicht ist es das ja. Wäre durchaus denkbar. Äh, ich brauch die Karte. Hm, ja, da haben wir noch einen kleinen Café-Pot auf der Karte. Lass mich durch, ihr blauen Menschen. Blue Man Group, lass mich durch. Genau, Café Saren. Vielleicht haben wir es hier, ja. Vielleicht haben wir noch den Karte Saren, bei einem Laptopak. Hm, wir haben uns nicht. Es ist wirklich sehr reitert. Es ist wirklich ein Karte. Es ist wirklich ein Karte. Es ist ein Karte. Ah, es ist ein Karte. Was die, was das? Was es Money Club ist? Wieso ist es uns, noch mal? Nein, wir haben uns die Bauche-Fahrer, gerne. Dass auch ein Karte hier im Hintergrund ist das. Ah, dass die Menschen weggekommen sind. Ich habe es gesehen, dass ich die P-Tuskijome im Inneren von 106 auf dem Weg bin und so schlafen, und so schlafen. Ich habe es sofort gewonnen. Das ist das, was das, was die Person. Ich habe es gut gesagt. Ah, ich habe dich verletzt, oder? Ich habe mich als Fan gefangen. Ich habe die Eidora-Sphere nicht gewonnen. Krom, wie geht's? Ich habe noch keine Eidora-Sphere. Aber die Eidora-Sphere, die Eidora-Sphere ist. Ich bin mir überrascht. Wir sind nicht mehr über die Eidora-Sphere. Wir sind nicht mehr über die Eidora-Sphere. Habe ich ihn gefunden? Nee, aber jemand hat gesehen, wie er in der 106 verschwunden ist. Und ja, wir gehen zu Eidora-Sphere. Okay, Tiki sagt O und will nicht erklären, was es ist. Wir sollen nur vorsichtig sein. Okay. Verheimlicht sie etwas? Weißt du hier ein bisschen mehr über die Eidora-Sphere? Man weiß es nicht. Also gut, gehen wir zu Eidora-Sphere. Wenn wir mal in der Schnellreise kommen. Wohin der 106? Sie ist so groß. Ich habe keinen Bock drauf. Na ja, was soll ich machen? Füll kein Weg noch vorbei. Achtung. Wie ist es, Chrom? Ich fühle mich etwas? Ich fühle mich etwas. Ich fühle mich etwas. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich fühle mich etwas. Was ist das? Ich habe nichts zu tun. Los, Chrom! Ja, okay, wo denn ungefähr? Äh, keine Präsenz von Mirages in der Nähe. Also sind sie irgendwo in einem großen Bereich. If only I could also. Ich glaube, die will hierher kommen. Ähm, ich port mich mal auf 3F hoch. Oh, Moment, ich gucke mal kurz die Karte durch. Ähm, genau, hier oben war nämlich ein 4F. Da war was. Ich speichere das mal ganz kurz ab. Es könnte nämlich sein, dass es in 4F irgendwo was ist. In einem großen Raum, wo wir beim letzten Mal diesen Mini-Boss besiegt hatten. Die, äh, hier diesen Pegasus-Wetter. Ansonsten ganz oben. Na, guck mal, wer ist denn hier? Wer bist denn du? Dich kenne ich nicht, oder? Ist das Tiki, ist mein Waifu? Oh, okay. Nichts vom Bando. Anscheinend hat Tiki selber ne Waifu. Hihihihi. Wieso? Wieso? Wieso, du bist die Karte-P-P? Ja, aber... Ich war eben nicht so. Wieso, ich war eine Frau so. Ich weiß nicht, das habe ich nicht. Das ist aber auch mein Frau. Der Liebe wird über die Lebensmitte durchgehen. Nein, ich bin kein Gender-Debatten. Ah, ja. Ah, ich hab' eine Höhung gehört. Ich hab' mir gehört. Ich hab' mir gedacht, ich hab' mir gedacht, ich hab' mir gedacht. Ich bin hier, um zu dem安全sten Ort zu gehen. Das ist ein安全es Ort. Das heißt, hier ist ein gefährliches Ort. Ich glaube... Ah, das ist doch ein gefährliches Ort. Wenn ich mich nicht so fühle, dann kann ich es. Das ist nicht so wichtig. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Danke, dass du dir helfen kannst. Ich bin hier. Ich bin hier. Es ist ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen anders. Das war ein kleiner Kind. Chrom? Nein. Ich fühlte mich ein wunderschönes Gefühl. Es war mir egal, dass ich mich auf dem Weg fressen würde. Okay. Wir haben sie gerettet. Und Tiki antwortet nicht. Okay. Tiki antwortet nicht. Tiki antwortet nicht. Das ist nicht gut. Was ist das hier? Nichts. Okay. Interessant. Hier geht es weiter. Ich dachte, da wäre irgendwas, weil das so geblinkt hat die ganze Zeit, wo sich die Partikel rauskam. Aber anscheinend war das nichts. Hm, okay. Warum antwortet Tiki nicht? Wo ist Tiki? Tiki Taki, wo bist du? Kann ich noch nicht kaputt machen, ne? Nee. Noch nicht. Schade. Ich hab's versucht. Moment. Nachricht. Der Prädikator. Ich weiß, das ist sehr schön. So. Maiko schreibt. Zubasa arbeitet ziemlich hart an sich. Okay. Maiko will Zubasas Bemühungen jetzt mit ihren eigenen Bemühungen entgegenkommen. Und sie ist ziemlich pumped, okay. Was aber das heißen soll? Was hat Maiko mit Zubasa vor? Ach, keiner weiß, dass Maiko mit irgendwelchen Leuten vorhat. So, große Preisfrage. Ist Tiki da? Ja oder nein? Tiki Taki, wo bist du? Ah, aber sie ist hier. Auch wenn sie sich umgedreht hat. Bett. Ich glaub, sie will kämpfen lernen gerade. I waited to see what happens. Nee, komm, wir reden mit ihr. Was ist los mit ihr? Was haben wir da gemacht? Ich bin nicht so ein Schaub, oder? Das ist doch nicht so. Du bist so ein Schaub? Das ist doch nicht so. Du bist so ein Schaub? Ich habe eine Art Karnageform. Das ist doch nicht so. Was ist das? Ich habe auch schon so. Das ist so cool. Wir sind alle bereit, wir kämpfen schon... Ah, komm! Jetzt bringen sie doch nicht dazu, dass sie trotzdem hier bleibt. Es wäre cool, wenn sie sich irgendwie verbinden kann. Ah, ich muss es machen, ne? Chiki... Wir sind jetzt ein Freund, oder? Was? Ich kann nur meinen, oder? 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 Ich glaube, dass ich das wirkliche Team verletzeige. Wirklich? Ich bin sicher, dass ich die Freunde für dich? Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Ja. Deswegen muss ich nicht in der Karneige-Homme bleiben. Ach so. Das ist ja so. Ja. Ich werde das alles sehr gut machen. Danke, Herr. Hätte mich halt interessiert jetzt. Hey, Level 16. Nice. So war's halt im Level hinterher. Oh shit. Die Set and Crease sind so mies. Okay. Tiki has become troubled, Uta Lloyd. Okay. Und hat den Backup-Skill gelernt. I dola, save die Echse. What? Was sind Backup-Skills? Gute Frage. Äh, do not pass the build in Battle-Support. Äh, Backup-Skills. Effect the game's general mechanics. Maiko, Tiki und Barry haben Backup-Skills. Aha. Get to explore the Adonisphere more safely. Okay, das heißt, äh, Schild-Effekte sind quasi verstärkt worden. Also das war's, ähm. Ah, wer hatte diesen Schild-Effekt gehabt? Toma hat er das, glaub ich, gehabt. Der hält jetzt zum Beispiel länger. Okay. Das klingt irgendwie nicht so spannend, irgendwie, muss ich sagen. Reizt mich grad nicht so ganz, aber ist okay. Ich nehm's. Troubled-Uter-Leute. Skills, I dola, save die Echse. Wenn hier so ein Item sind Skills that have effects while on the field, der Diversion becomes longer. Ja, gut. Ist dann so, ne? Ich muss zu Wasser wieder in die Gruppe holen. Äh, Thomas ist grad am weitesten. Dann hauen wir Thomas mal raus. So. Lass uns die Mädels mal kämpfen. Die drei Mädels hier. Ja, ich bin schon ruhig. Ist ja gut. So. Geh mal raus hier und anscheinend war's damit Zeit kurz erstmal. Sehe ich das richtig? Keine weitere Nachricht kommt. Moment. Ist gar noch, war noch irgendwas mit dem, mit dem Rack hier. Genau. Tokyo Millennium Collection. Und da gab's ein Artikel von Kilia. Das war auch, glaub ich, in dem Fortissimo-Ding dabei. Memoring the Fashion Show. Okay, gucken wir uns das mal an. Okay, haben wir jetzt quasi die DRC-Klamotten gezeigt, oder? Okay, gucken wir uns das mal an. Okay, vielen Dank, Kilia-san. Kän護士姿でランウェイを歩く Kilia-san,すごく決まってました. Ja, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut, dass ich das machen muss. Das ist mein Leben. Kän護士の服を着ていても, Kilia-san ist ein Kilia-san, oder? Das ist gut, oder? Das ist gut, oder? Natürlich, das ist gut. Das ist gut. Housingitätが来ていたいわけです。 今度は、それを紹介してくれたら、暗記してくれたら、 希望を聞くものを修正してください。 Liveって… 君はあなたを知ってくれたら、 暗記してくれたら、 にょうがいいわけだね。 5万人の調整としないわけだね。 年齡としてくれたら、 看護士の調整のワーカンゲーを確認してくれたらしいです。 Was? Oh. Kilia-X-Itsuki, oder was? Oh. Sie lacht. Aber sie sah aus, oder? Vielen Dank für dich, Itsuki. Okay, das war also alles jetzt davon. Alles klar. Interessant. Gut. Hallo Kilia, ich geh wieder. Was zum Teufel? So, ich arbeite mal kurz die ganzen News ab. Da kann man mal kurz einkaufen gehen. Ist glaube ich auch keine schlechte Idee. Eine kleine Shopping-Tour zu machen. Bevor wir uns dann zu Barry begeben. Ich gerade dann höre ich die Aufnahme schon auf. Ich wollte immer so, je nachdem wie das läuft, ein Kapitel oder eine Intermission aufnehmen pro Session. Und die Intermission hier wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Also, wir gehen zu Barry, dann haben wir das. Wir haben Side-Story mäßig alles weiter erledigt. Willkommen. Oh. Wird erstmal reichen. Und wir kriegen einen Mailmarkt dafür, wenn wir einkaufen. Stimmt. Ähm, Mailmarks können wir quasi für, sind quasi Lotterietickets. Und, das können wir einfach mal machen. Ähm, was können wir so gewinnen? Ähm, was können wir so gewinnen? Zeig mal, ja. Special Prices sind so Incenses, First Spice, äh, Fresh Spice Ikiri. Also, wir können quasi hier noch ein paar Highlights gewinnen, wenn wir das unbedingt wollen. So, als quasi Gratis-Beigabe. Noch so ein bisschen Random Stuff. Okay, das war der erste Platz. Den vierten Platz in Cleansing O'Long, okay. Cleansing, Entschuldigung. Ein Softdrink. Noch ein Softdrink. Und noch ein Softdrink. Aber es sind halt einfach so, ein paar Gratis-Items. Das ist ganz nice. So ein bisschen was geschenkt kriegen noch. Gefällt mir. So, dann gehen wir nochmal zum, ähm, ähm, ja, zum Juwelier. Können wir auch mal ein bisschen was davon kaufen. Davon haben wir noch gar nichts bisher. Und inzwischen können wir die Sachen auch leisten. So, was können wir uns kaufen? Äh, ich denke, da haben wir noch die beiden Sachen genau. So, die Sachen geben halt eben Rüstung und halt eben einen dieser Stats hier. Und ich würde sagen, für Itsuki ist definitiv Powerbangle besser. Yes. Das ziehen wir direkt an. Vor allem auch mehr Armor. Mehr Armor ist sowieso praktisch. So, für sie. Sie kriegt einen Mage-Wing. Das ziehen wir direkt an. Ähm, er kriegt auf jeden Fall einen Powerbangle. Mehr Stärke. Viel mehr Stärke. Und sie... Was würdest du gerade die Armor verschlechtern, wenn ich ihr den Mage-Wing anziehe? Also... Aber mehr Magie. Also... Man weiß ja, ne? Angriff ist die beste Verteidigung. Also... Go. Nice. So, gehen wir auf ein paar Mailmarks nochmal. Die kommen auf die Nummer eins, die wir wollen. Ich kann auch Sachen verkaufen, wenn ich das möchte. Möchte ich das unbedingt gerade? Ich kann hier die Sachen verkaufen von denen, aber... Na, ich weiß nicht, ob ich die verkaufen will. Das Grassley kann man verkaufen für 100. Wow. Die Tomes sind 10 Yen wert. Okay, aber die kann man auch ziemlich leicht farmen. Ich weiß nicht, ich bin so ein Messi. Ein alter Messi. Ich verkauf eigentlich nie wirklich was. Lieber verballer euch die ganzen Items. Lieber sinnlos. Hehehehe. So, ähm... Ja, wir sagen, wir gehen dann jetzt einfach mal... ...zu Barry. Und machen dann ein bisschen... Gucken wir mal, ob wir in den Kapitel kommen. Ich hoffe noch nicht. Ich hoffe, dass wir vorher nochmal probieren, weil das ist immer so ein guter Zeitpunkt, um das zu beenden. Ja, wir gehen schon rein. Ja, bitte sagen wir mal rein. Ich speichere jetzt trotzdem mal vorher. Weil ich will nicht unbedingt ins neue Kapitel stolpern, um auszusehen. So. Ja, gehen wir mal rein. So. So, Juma, end the intermission and progress to the next chapter at the Uzume Lesson Studio. And the intermission, sag ich mal ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann... ... beim nächsten Mal wieder an der Stelle. Wenn wir die intermission so beendet haben. Und ja. Ich hoffe, es hat gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tokyo Mirage. Sessions. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, tschüss.